Hi! Willkommen zu Last of Us, genau! So ist... Outlast! Ich muss grad die Strecke noch mal laufen und die sind nur mit diesen Jumps gehabt, aber ich hab die Strecke noch nicht so krass erschrocken. Und wir gehen einfach mal weiter. Ach, neu. Neues Abteilmuskelladen, weil das merkt man aus der Playstation PC kommt das nicht. Das heißt, ein komplett neuer Level-Abschnitt haben wir jetzt hier. Kommt man da wieder hoch? Glaubt nicht. Alter, ich... Ah, ne, jetzt donnerts auch noch, Alter, nein, das kann ich... Das kann ich gar nicht gebrauchen, Donner, Alter, nee. Boah, das kann ich gar nicht gebrauchen, Donner, Alter, gar nicht. Ich hasse das. Wie allgemein das Problem in den letzten Monaten hat Bluebird versucht mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wertfalls überhaupt SI und H-Technik Schlaf, Induktion und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Agency haben. Und... Und spezielle Probleme der Agency haben. Hä? Ja, sollte jetzt das drittens heißen? Ne, muss ich aber drittens drittens. Drittens können wir durch Post H-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen... Grundsätzlichen... Die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht. Siebtens können wir unter allem Umständen eine vollständige Amnesie garantieren. Achtens können... Ich glaube, das heißt nicht achtens... Egal. Achtpunkt. Nehmen wir jetzt... Nehmen wir jetzt acht... Achtens. Können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Punkt... Punkt 17... Punkt 17. Wie funktioniert eine Schlaf... Indu... Schlaf... Induktionsmaschine? Genau. Hm... Das ist die große Preisfrei... Äh... Was könnte ich jetzt da drinnen machen? Hä, was ist hier drin? Oh, Jesus, was ist mir da für ein Raum? Hä, ich bin da drinnen. Ich könnte... Ich könnte... Ich könnte... Ich könnte die Tür öffnen. Für was? Richtig, ich bin nix. Oh... So... Ja, moin, Alter. Oh, nee... Ähm... Alter, nein, ich kann das gar nicht ab. Ich kann das nicht ab. Ah... Ich kann das nicht ab. Ich kann das nicht ab. Oh... Holy shit! Ah... Holy shit! Das war einfach der Wallrider, Alter. Nee, Bruder, lass mich rein. war nee das war der war leider nie alter fuck off man was macht er hier draußen ich dachte bist du da bist du gar nicht unten was für unten in der hölle vielleicht ja was steht da ich kenne nicht mal einen deinen namen aber ich sehe dich als einer von meinen blutern mein paul hoffentlich hast du nichts dagegen und ich hoffe dass du nicht demselbst mit leid und der angst verfällst dass dein leiden größer sein könnte als alles andere wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft es gibt keinen anderen weg in den himmel als über das kreuz und jeder braucht die hilfe eines anderen um die nägel einzuschlagen ich bin für dich da ich warte auf dich klingt ja fast wie mein erster liebesbrief den ich nie geschrieben habe wo muss ich denn hier rein blärt zyke zyke blärt alter fick dich ach ja dann lad mal den scheiß kameran abwerten klingt h h wo soll ich denn hier rein wie geht es nicht ja hier geht es ja nicht durch was willst du von mir h Wollen die mich für dumm verkaufen? Hey, hier ist überall Stacheldraht, Mann. Weil hier ist ja gar nichts. Wenn ich nicht Nachtsicht anfange, dann sind die ja nur... Hey, hier ist überall zugekettet, Mann. Alter, Vater, Martin, Alter. Arsch. Schlechtest mich so durch die Hölle, Alter. Eine Batterie. Da, nimm doch ruhige Rohzange, da ist nie überall Waffen. Ja, moin. Ja, verpiss dich. Und tschüss. Ja, moin, Alter. Tschüss. Bleib weg, Alter. Du kleiner Ameister. Bah, kommt der unter der Tür durchgekommen, wie so eine kleine Ameise, Alter. Oh, Gott. Nee, Gott, stell mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Ja, ha, ha, ha. Den hast du schon öfter gesehen, mein Freund. Boah, Alter. Macht mich dieser Wallrider fettig, Alter. Boah, fickt euch doch. Ich hasse Donner über allem. Ich habe über alles. Und echt juckt mich das gar nicht, aber... In Spielen kriege ich hier Schierherz-Kasper, Mann. Hier runter, oder was? Oh, nee, darüber. Oh, nee, auch nicht. Darüber. Darunter nicht. Alter, Arschlecken. Kennen. Wenn Mäter so schön zu sind, wenn er nicht dran steht, drücken sie diese Taste, um zu tun. Das merkt man einfach extrem. Ich weiß, es ist nicht gerade richtig viel, ne? Ich dachte gerade, da steht jemand gerade immer da. Okay, Gollum. Oder Dobby, oder was? Boah, du Arschgesicht, Alter. Wie wüsstest du, dass du nicht ein Patient bist? Ei, diese kleinen Arschgesichter. Alter, vorder mal die ein bisschen Arsch, weißt du das? Oh, nochmal neues Abteil, Alter. Ich kotze gleich, Mann. Nicht der Dicke schon wieder. So ein Idiot, Alter, hoch mit dir, hoch mit dir, blärt. Boah, nicht der Dicke, Alter, nein. Alles nun, Alter. Ich habe schon gerade so viele Batterien, weil ich einfach nichts sehe. Egal, hier muss ich nichts sehen. Hier muss ich einfach nur langschleichen. Alles, nur nicht der Dicke. Ich gebe bei den WarRider, aber nicht den Dicken. Der Roller hat mich sowieso nicht an. Jetzt ist er runter, oder was? Ja, spring halt zu weit, du dumme Sau. Ja, ins hohe Gras, Alter. Immer eine geile Idee. Malzabschuhe. Aha, wo lang? Richtig. Keine Ahnung. Der Dicke, Alter, Arschlecken. Arschlecken, Arme nachs Koi, jung, blärt. Boah, Alter, Arschlecken. Boah, Alter, Arschlecken. Boah, Alter Schwede. Uff. Boah, dieser kleine Bastard. Boah, dieser kleine, dreckige. Kommt der da einfach rausgeballert, Alter. Boah, Alter, was? Boah, Alter, was? Was soll ich tun? Wenn denn Vater Martin in der Frauenstadt ist. Ja, moin, Alter. Alter. Na ja, sowas sind fast keine Batterie. Ah, so wie Blut im Wasser. Ich kann das so riechen. Ah, als hätte ich wie im Kinder... Was? Als hätte ich in Kindertagen eine Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Da steckt man jetzt auch noch eine Penny in den Mund. Warum kann der Typ nicht ein... Ich glaube, das wird ja, glaube ich, gar nicht mehr Tag. Kann das sein? Ich glaube, das ist so ein typisch verfluchte Ort. Da wird einfach nie mehr Tag. Kann das sein? Deswegen frage ich mich, warum ist er da nachts reingefahren und nicht einfach tagsüber? Oh, jetzt bin ich wieder da drin. Jetzt fühle ich mich etwas sicherer. Du sahst den Wallrider, nicht wahr? Du bist begonnen, zu verstehen. Aber nicht noch. Selbst Abraham musste seine Augen auf den Boden schießen. Aber schnell, schnell! Diesen Weg! Die Revelation ist an der Hand! Die Revelation ist an der Zeit! Amna! Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der War Rider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes, etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht, mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich erkenne es. Ich kenne es. Wtf? Dieses Geräusch ist mir gar nicht gefallen, okay? Merken wir uns das? Dieses Stampfen war nicht normal. Oder sagen, der Dicke, aber es bedarf das vermutlich irgendwie nicht. Und ich weiß nicht, wo bin ich dann? Das weiß ich auch nicht, wo ich dann bin. Also, ist dasvit Ah, krippe Garnisch. Ja, keine Ahnung, sonst wird uns reicht, werden uns beim nächsten Part mal voll uns anschauen, wie wir langgehen um so'n Scheiß, Abo da, Like da lassen, tschau, haut rein. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.